Auf jeden Fall muss ein Ranked Match sein, weil zwei Spieler in unterschiedlichen Teams haben 16 Kills. Richtig, und wir kommen zurück zu Rainbow Six Siege. Mit diesen wunderschönen Worten von Jey, Timo ist auch mit am Start, wir nehmen Zufall. Zufall ist! Hallo! CupCard! Richtig, immer schon Zufall im Prinzip, wow! Ich bin wieder richtiger Ego, ich bin wieder richtiger Egoist! Und ich soll gekickt werden! Geht ja schon geil los! Geht ja schon geil los! Ich glaub das war Hellboy, ich glaub das war Hellboy. Der ist sauer, weil der dritte Teil nicht mit Ron Perman ist. Nee, der ist sauer, weil er nicht Warden spielen darf. Ja genau! Oh Gott, Alter Warden. Jetzt erschießt er mich gleich einfach so sofort. Infinity Warden! Oh Gott! So, mach ich mal hier zu! Ach man! Was war das denn? Aber ne! Oh! Wer ist eigentlich Bandit? Was ist mit dem Messer hier los? Hellboy, jetzt Bandit! Ja! Ja! Hä? Was ist das? Ich nütz meiner Super-Pfeiler-Brille hier! Zugangssperre angebracht! Zugangssperre angebracht! Da ist ne Drohne! Was? Warum mach's eigentlich? Waaaaat! Ich bin dann mal weg, Jungs! Ich bin dann mal weg, Jungs! Double-Drone-Kill! Was ist denn jetzt meine Hauptsache oder so? Drei Drohnen-Kills? Ich versuche zu vermeiden, dass wir mich sehen. In der Hoffnung, dass wir glauben, dass ich eine Dingens bin. Eine Hibana? Ach, was? Abstand halt! Abstand halt! Ja, eine Hibana! Auf jeden Fall eine Hibana! So, hier könnt ihr auch noch durchkommen. Dann mache ich hier auch noch mal einen Sprengfall heran. So! Ich bin bereit, auf jeden Fall! Oha! Der erste Bandit, der nicht roamed! Was ist denn hier kaputt? Das ist doch nicht wahr! Ja, wer war denn der Mute von euch? Ach, er hier! Okay, der hat nämlich genau das Mute-Jammer-Ding tatsächlich noch neben die Batterie gepackt. Und das ist nicht kaputt gegangen. Krass! Was?! Ach komm, dass das kein Headshot war! Das ist immer wieder typisch Rainbow! Der ist natürlich nur krass tot! Der ist natürlich nur krass tot! Er ist reingekommen! Er ist reingekommen! Warum habt ihr eigentlich voll und da gegeben, der Scheiß-Buff? Schon wieder Scheiß-Montaine, Alter! Oh, echt jetzt? Warum haben wir... Warum haben wir... Deswegen bannen die den normalerweise in den Rank! Spacki, Alter! Oh, Mann! Was denn? Nee, der Scheiß-Dingens! Wie? Loll! Oh, das war ich gar nicht! Danke, Hellboy! Loll! Das ist das Kack-Spiel, Alter! Ich hasse es auch, wenn die so rumrennen wie die Behinderten! Obwohl da 10 Leute drauf gucken! Leute, das Schild einfach mal! Okay, 3 sind schon tot! Ah! Sind jetzt falsch! Weiß ich nicht! Wir haben eine Drohne reingeworfen! Achso! Daraufhin ist Hellboy einfach eskaliert! Komplett ausgerastet! Ja, ist auch Hellboy, ne? Warum steht eigentlich auf der Kontaktgranate Fuse? Ja, weil die von Fuse ist, ne? Keine Ahnung! Warte mal, ist da einer? Weil die für... Weil die eigentlich für Fuse gedacht ist! Oh, einer liegt! Hellboy! Ja, Hellboy! Hi! Geh weg, Hellboy! Ich bin extra deswegen hier! Er ist tot! Au! Ich bin blind! Winter! Boah, ist das schön weiß! Ich bin im Himmel! Schön wär's! Geh doch etwas weg von hier! Es ist scheißegal, was die machen! Wenn sie von hier... Wenn sie hier reinkommen, sterben sie! Boah, der hast du den Shot gesehen, ne? Ne, ich bin bei Warden, also bei Heiligemort Kred, also bei Timo drin! Boah, warum dat denn? Der macht da ja ahnisch gerade! Deswegen ja! Gott, du bist so dumm! Ich brauch nichts machen, ich kann chillen! Was? Du bist dumm, Alter! Ja! 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 Die Wursche, so! Nur richtig! Die Wursche war das! Das lassen wir dann jetzt einfach mal so im Raum stehen, okay? Die war da! Fuse! Ich hab Fuse T! Nein, nicht so, Jayden! Das war schon immer nur einfach... Das wird sich auch nicht mehr ändern! Das war der zweite Operator, der so... Ich würde ja gern Zofia spielen! Dann bekommen sie durch Zufall! Aber ich wollte es mir nicht so... Nächstes Mal Angreifer kriegst du Zofia, Alter! Ey, das der Fall ist! Du bist! Du bist! Du bist! Wenn das der Fall ist! Ey, coi nöd, Alter! Ey, coi nöd! Wenn das... Wenn das der Fall ist, fress ich nen Besen, okay? Vor euren Augen! Wenn ihr nicht da sein könnt mit Videobeweis! Mit Messer und Gabel! Ich hör die Kamera, wenn ich da bin! Okay... Ich hör sie! Ah! Oh, Alter! Erstmal drei aufgedeckt! Naja, der Sinn ist ja, dass er ja bald hier ist! Doc! Was spielt denn Doc da für... Doc hat Schrotflinte! Man checkt irgendwie nicht, dass... Dass er getaggt wurde! Keine Ahnung! Wann warst du nochmal... Wann warst du nochmal hier, Jay? Wochenende! Jetzt dieses, wo? Ja! Richtig! Spannend, Doc! Spannend! So, ich mach jetzt... Wölfe tun! Ist auch nur ne Kamera... Ist die schon kaputt? Ja, ist sie! Ah, gehen wir alle hier durch? Ja, okay! Ah, ja! Ich bin... Ich bin... Also du... Äh... Du estallierst jetzt, hab ich gehört, Jay? Ja, ich versuch's mal! Nice! Ace! Ace? Bin ich mal gespannt! Geht doch nicht! Noll? Hä? Das war einer von unserem! Hat einer von euch ne Drohne unten in dem Raum? Ja! Ich! Tatsächlich! Wo sind die? Scheiße! Oben und unten, glaub ich! Vigil ist hinter euch! Ja, hinter dir, Jay! Da! Alles klar, der... Rennen ist an dir vorbei, ist auch... Der Doc hat sich grad geilt hinten neben dir! Ja! Schön! Schön gemacht, schön gemacht! Kavera war, glaub ich, irgendwo oben, oder? I don't know! Versuch reinzugehen! Ich weiß es nicht, ob's gut ist! Ich rühre einfach wo, oder? Ähm... Ja, ist schön! Seinbar schon! Ist halt Kavera, ne? Wär komisch, wenn die ankern würde, ey! Wow, die ist hinter mir! Ah! Ja, schön! Da versuch's da einmal schön reinzulaufen! Haben wir auch gesagt, ich zerreiß' jetzt! Drei Kills sind auf jeden Fall drei Kills, würde ich sagen! Zerstört! Zerstört, Alter! Ah! Schön gemacht! Schön, schön die Arme weggeschossen! Ja! Das hier am Leben, Hauptsache, sie hat keine Gliedmaßen mehr! Das ist alles, was zählt! Ja, nee, das geht für die Runde jetzt nicht zufrieden! Achram Haki! Oh! Scheiße! Der Laune! Oh! Wiggel Wiggel! Wiggel Wiggel! Wiggel Wiggel! Wiggel Wiggel! Wiggel Wiggel Wiggel! Ja, weil du ja keinen Dropper zumachen kannst! Das einzige, was noch schlimmer ist, ist, wenn du unten im Keller die Valkyrie bekommst! Das heißt, was noch schlimmer ist, wenn der Aids hast, aber... Finde ich nicht! Das ist gar nicht schlimmer, weil du kannst ja Camps trotzdem verstecken! Kann ich die Camps... Ne, noch kann ich die nicht rauswerfen, boah! Ich sag doch, das einzige, was noch schlimmer ist, wenn der Aids hast, aber das hätte zu spüchig gemacht! Doch! Fuck, fuck you Droh nicht! Ich mach mich jetzt unsichtbar und verpiss mich! So, ich hab jetzt ab! Tschüss! War nett mit dir! Ich geh mal Zigaretten kaufen, hahaha! What the fuck? Ich weiß auf jeden Fall, wo ich ne Kamera hin mache! Willkommenswarte eingesetzt! Warte mal, geht das? Kann ich hier rauf? Ne, geht nicht! Warte mal, hab ich damit den ganzen Gang quasi abgedichtet? Ja! Boah! Die Kamera ist aber mega nice von mir! Guckt ihr euch mal an! Die ist doch gar nicht schlecht! Boah! Bist richtig! Ne, sollt ihr euch angucken! Guckt ihr auch gut das, man! Warum sollte ich? Okay, das ist gut! Weil... Nur ihr da unten seid! Nicht ich! Weil die... Weil ihr die auch mal nutzen müsst! Das macht ihr nämlich sehr selten! Also jedenfalls macht das Temo sehr selten! Mach ich doch! Also ich hab grad reingeguckt und sie ist sehr gut! Zufrieden! Ja! Das ist doch gut! Wär schlimm, wenn man auf einmal nichts mehr sieht! Toil! Leute! Verarschen! Wo denn? Hä? Wo waren die denn? Das ist fuck an die... Fuck you bitch! Ist ja unglaublich! Ab, Montaigne! Fuck you, Montaigne! Toil! Da war er auch da! Oha da! Toil! Jetzt steht so grad eben so, dass ich ihn mit der Kämmer nicht kriege! Alter, das war doch getroffen, oder? War es auch! Ey! Ach komm, Spiel! Ganz ehrlich! Es war getroffen! Toil! Hier ist übrigens einer! Jaja! Da ist noch... Oh, die hat Schroo zu! Blinte! Habs gesehen! Erdschrot Blinte! Nein, jetzt hat sich unsichtbar gemacht! So! Stimmt, den kann sich ja unsichtbar machen! Aber ganz ehrlich, ne? Der eine Hibana-Shot war sowas von auf'n Kopf! Das ist schon hart lächerlich! War's auch! War's auch! Ob so dämlich das Spiel möchte ich mal! Alter, kommt die um die Ecke! Alter! Sieht schon unheimlich aus, wenn die sich so bewegt, dann ey! Ja! Ja! Na klar! Natürlich! Mit der Scheide-Dägel! Aus der Hüfte! Na klar! Ist doch easy! Dieser eine Hibana-Shot, das war so drauf! Ey! Das kann dir keiner erzählen! So! Wenn ich jetzt... So für Abo komme! Oh ne! Nicht ganz blitz! Schade! Maverick! Aber fast! Bruh! Ist auch ne Frau! Das ist schon mal ne Anfang! Naja! Blitz? Oder meinst du jetzt Sabine? Blitz! Ah ok! Ist auch ne dämliches Leib! Ist auch ne dämliches Leib! Nein! Das ist dämlich! Was ich meinte ist, Blitz ist dämlich, weil ich nicht leiden kann! Schöne Auslage! Ich finde es sollte noch nen Verteidiger geben, der durch... der durch das Schild schießen kann! Ah stimmt! Ich bin ja Twitch! Ach du Scheiße! Ich finde es sollte... Der so irgendwie einen Schuss hat! Der so irgendwie einen Verteidiger geben, der durch die Wände schießen kann! Nein! Ich meine der so einen Schuss hat, der komplett durchs Schild durchgeht und dann one-hitted! Wenn man trifft! das Instant Headshot, weißt du? Junge, das wär' nicht mal okay! Oder der Schild... der der Schild kaputt schießt, eyla! Fuck off! Ja, warum denn nicht? Ganz ehrlich! Der Schild komplett kaputt schießt! Ja! Wenn du, wenn du getroffen hast, ist ja doch dann eh gut! Ich finde so mit so Ballistik... Wenn du das Schild triffst, aber nicht den Operator! Und weiter zu seiner Position! Naja, dann wär's auch kein... Da wird's auch keinen Sinn machen! Oh man! Ein Mira-Fenster hab' ich auch gemacht! Kann auch sein, dass du... Kann auch sein, dass du äh... Quasi am Schild... Bei... bei Montaigne zuerst! Wenn dein Schild komplett ausfährt! Dann kann's ja auch sein, dass du über seinem Kopf triffst oder so! Warte! Lass... Warte, warte, warte! Oder so, das geht auch! Nein! Da piept was! Hä? Der hat mich durch... Nein, das war's... Das war Hellboy! Das war ein Headshot von mir? Niemals! Das war ja krank! Lade neues Magazin! Na gut! Das war von dem... äh... Sledge und nicht mit Absicht oder so, aber... Naja, egal! Komm, wir fahr' aus! Komm, wir fahr' aus! Wir fahr' aus! Dann scheiß' die Tränen! Ich hab's doch gehört! Aua! Scheiße! Ja, ich hab's... Ach komm, ey! Mann! Dann... Da war das nicht mal schlecht! Dull! Im Esszimmer! Die ist einfach mal umgefallen! Im Esszimmer durch! Hatte wahrscheinlich Kreislaufprobleme oder so! Ja, ja, deswegen... Bei dem Blut... Ja, ich... Nasenblut, da hab' ich gehört! So ziemlich... Da ist noch ein Gegner übrig! Ich glaube, dass kein Arzt in der Wehr war! Der ist ja auch tot! Ja! Wolltest du kaputt machen! Ja! Kannst doch kaputt schlagen! Oder nicht! Hä? Wie funktioniert das denn? Ach ne, das war bei den Dingens! Das war bei den Maestro-Camps! Ja! Die kann man nicht... Kugelsichere Kamera! Ja, doch, siehste! Sag ich doch! Hä? Wie du ist das denn? Kugelsichere Kamera? Ja, Kugelsichere! Das bedeutet nur, dass Kugelsichere Glas... Ja, neun! Ja, aber er hat doch gegen das Glas geschossen... Das schon? Ja, gegen das Glas schießen? Bringt doch nichts! Ja, aber es ist Kugelsichere Schlaf! Ja, gut, das sollte eigentlich einen Schlaf auch abfangen können! Das stimmt schon! Ja, aber die muss ja irgendwie gekontert werden! Und ich meine, was man die schon... Ende! Fetch hat die ganze Matte drüber klebt! Pfff! Fetch, oder... Fetch, oder wenn du es mit Sledge Dingens... Mit Sledge die Kamera von der Wand hämmert! Kite, wir sind jetzt ganz klein! Nein, dann rast sich komplett aus! Warte! Ne, wir sind die erste OG! Im Kinderzimmer! Oh Gott, ich hasse mein Leben! Pfff! Du nimmst bei Kite das Nitro Handy mit? Ich hab bei... Ich hab nichts geändert! Ich wähle den einfach nur aus! Und gut ist! Ich guck mir doch nicht noch an, was ich... Was ich dabei hab, Mann! Ja, gut! Kite hat halt auch, ähm, Dingens... Kontaktgranaten! Nein, die brauchen wir nicht! Die Trendy ist wie eine Kontaktrater, die benutzen... Also ich benutze das Nitro Handy zum Beispiel nicht! Weil hat jetzt der Roof sich nicht seine eigene Rüstung genommen! Wie dumm ist das denn? Was? Wie dumm bist du denn? Warum nimmst du dir nicht deine eigene Rüstung mit? Weil ich erst mal die Schutzplatten platzieren wollte! Was?! Ich platz sie gerade auf 5! Zehn Sekunden! Mach ich mal hier ran! Spass! Oh, Leute, geht da weg! Waaah! Nein, haut ab, haut ab, haut ab, haut ab! Geht weg, geht alle sterben! Störsende aktiviert! Wo ist der Fußball hin? Alter! Ja, was hab ich denn jetzt kaputt gemacht? Hab ich denn muting aus? Was hab ich denn kaputt gemacht damit? Oh! Stimmt! Ah! Ja! Die haben Blitz! Ne, Monta... Och Gott, ey! Die und die scheiß Montaigne, Mann! Warum? Doch! Soll er noch mal herkommen? Soll er noch mal herkommen? Ich kippe so viele... Ich kippe so viele... Operator weiß und... Soll er doch mal, Jakob! Ja, ich würde es nie wieder aufnehmen! So ne kacke, ey! Ich versuch's einfach! Danke! Leute, da war ja doch der hätte ich doch... Ich bin so doof, da war doch nicht! Der hat mich ja sogar wiederbelebt, aber... Der hat mich ja sogar wiederbelebt, aber... Come fucking... Bug, Alter! Machste! Ace! Ach, schade! Warum? Da! Da! Scheiße! Jetzt wurde er vergewaltigt! Jetzt wurden wir alle ein bisschen... Richtig! Jetzt kam alles! Alter! Jetzt wollten wir es aber richtig von mir! Ja, ich würde mal sagen... Modell ist nur so richtig! Liegt jetzt nicht ganz so geil! Ja, aber immerhin nicht zu Null verloren und wir haben auch viel Kills gemacht! Timo, das zählt doch, ne! Am Ende des Tages zählt nicht der Sieg... Naja, du hast vier Kills gemacht! Ich hab viel gesagt! Achso, viel! Ich hab vier verstanden! Nein! Ja, das hab ich nur gemacht! Du hast fünf, lol! Ja! Bis zur nächsten Folge! Tschüss, ihr Wichser! Tschüss! hidden worthy